Hallo oder so Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich noch sagen, das ist jetzt die Antwort auf Roman seinen Distract gegen mich. Ja, wer Roman seinen Distract nicht gesehen hat, kann den sich gerne nochmal auf seinem Kanal angucken. Und da sich das einige gewünscht haben, habe ich natürlich hier auch den Distract zurückgemacht. Das Ganze hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ist auch das erste Mal, dass ich irgendwie sowas gemacht habe. Und für einige da draußen, die es immer noch nicht verstanden haben, ich und Roman haben keinen Streit. Das dient alles lediglich zur Unterhaltung und ich wünsche euch trotzdem dennoch viel Spaß. Ja, ja, oh, hallo Roman, ich hab dich gar nicht gesehen. Du weißt du was, ich muss dir was gestehen. Es tut mir leid zu sagen, dass ich das Battle gewinn. Deine Texte sind stumpf und ergeben keinen Sinn. Irgendwas mit Hohe oder so, naja, bin interessiert, also mir ist's egal. Du hast in deinem Distract gesagt, ich sei ein Spaß. Dabei bin ich kein Spaß, sondern heiß und naß. Es sind den Spaß und hab ganz viel Spaß. Oder ich bin doch ein Spaß, so wie du sagst. Und dann noch dieses Bla 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 von Likes und so. Keine Ahnung, was du meinst, ich bin gar nicht so. Aber wenn euch doch mein Track gefällt, dann lass nen Like da. Like hier, like da, komm lass nen Like da. Ziemlich lustig dein Track, nicht wahr? Ha ha ha, Roman ha ha ha. Ja, Roman, das hast du jetzt erfunden. Naja, okay. Roman, dann what the fish, find ich gar nicht witzig. Mach lieber schrabbidi-dabbidi, das ist witzig. Gurken sind eklig, ess lieber Bananen. Oder soll ich noch was sagen, ess lieber Bananen. Danke an die Hater, die jetzt noch was sagen. Roman ist der Beste, du bist nur ein Lappen. Danke für deinen Klick, mit diesem Track hab ich Roman zurück in die Hölle geschickt. Wooh!